Morgen, FlexDoc hier. Heute bauen wir die M42 etwas um. Sie bekommt ein neues Paracable, weil das Stock-Cable doch wirklich fürchterlich ist. Das verwendete Paracable ist von der Firma Paracord-Maus. Link in der Description. Die Paracables von Paracord-Maus haben ein eingebautes Stress-Relief und sind deswegen wesentlich einfacher zu verbauen. Dann bekommt die Maus noch ein neues Backcover, was bei eMaterialisier gedruckt wurde. Link ebenfalls in der Description und auch der Link zu demjenigen YouTuber, der dieses Shell entworfen hat. Weitestgehend war dieser Umbau relativ problemlos. An zwei Stellen muss man allerdings aufpassen. Zwei ungewöhnliche Sachen traten doch auf, aber die werdet ihr hier im Video sehen. Als erstes entfernen wir die Glides von der Maus, um an die Schrauben dran zu kommen. Wenn wir die Glides etwas aufweichen mit einem Föhn, gehen sie erheblich leichter ab. Ein kleiner Tipp, die Glides, wenn sie angelöst sind, an der Ecke langsam abziehen. So vermeidet man das Klebstoff am Plastikgehäuse zurückbleibt, den man nachher mit Alkohol entfernen müsste. Die Bodenplatte wird durch vier Schrauben am Gehäuse gehalten. Es sind vier Schrauben an jeder Ecke mit einem ganz normalen kleinen Kreuz. Jetzt kann man sie lösen. Unter dem Etikett habe ich eine weitere Schraube vermutet, weil sich Gehäuse von Boden nicht so ohne weiteres lösen ließ. Das war allerdings eine Fehleinschätzung. Da ist nichts drunter. Etikett könnt ihr also drauf lassen oder aus Gewichtsgründen einfach abfummeln. Das ist allerdings eine ziemliche Fummelei. Das Wechselcover ist ja ziemlich einfach zu lösen. Es wird ja nur durch einen Magneten gehalten hinten und der Zweck der Geschichte ist ja auch, es einfach wechseln zu können. Die gesamte Oberschale wird von der Bodenplatte gelöst, indem man mit dem Fingernagel leicht in die Ritze zwischen Bodenplatte und Gehäuse geht und gleichmäßig von allen Seiten das Ganze ein wenig aushebelt. Wenn man es gleichmäßig macht, geht es dann doch relativ einfach. Die Oberschale ist durch ein Kabel mit der Platine verbunden wegen den Seitentasten. Theoretisch kann man dieses Kabel dran lassen und trotzdem das PCB abbauen und das Kabel tauschen. Allerdings ist einem die Oberschale dann doch immer irgendwie im Weg und es ist schon einfacher. Man macht sehr ab, so kann man einfacher dann arbeiten. Die Platine wird von drei Schrauben an der Bodenplatte befestigt. Eine Schraube befestigt gleichzeitig auch das RGB fürs Scrollrad. Alle drei Schrauben muss man lösen, um das PCB abnehmen zu können. Mich hat es natürlich in den Fingern gejuckt, die Platine zur RGB-Beleuchtung des Scrollwheels einfach wegzulassen. Die Platine würde sicher auch nur durch die zwei Schrauben gehalten werden auf der einen Seite, aber ich würde das Risiko jetzt nicht eingeben für das Gramm, was man dann spart, wenn man die RGB-Platine weglässt. Um das Mauskabel lösen zu können, muss man das Scrollrad ausbauen und die Platine der RGB-Beleuchtung für das Scrollrad lösen. Das Scrollrad zieht man ein wenig nach rechts raus und kann es dann raushebeln. Die Platine für die RGB-Beleuchtung wird nur von vier langen Pins gehalten. Das sollte man vorsichtig gerade nach oben herausziehen. Dann löst man den Stecker von der Platine, indem man die Steckerführungen leicht ein wenig und vorsichtig mit einem ganz dünnen Schraubenzieher löst. Die Buchse ist hier allerdings sehr stabil im Vergleich zu Zoe-Mäusen. Hier muss man nicht so Angst haben, dass da was abbricht. Ab in die Tonne mit dem Dreckskabel. Nach der zu lösen RGB-Platine kommt jetzt hier die zweite Besonderheit auf die man achten muss. Paracord-Maus liefert ein Kabel, bei dem die Pin-Belegung falsch aussieht. Das heißt, die Farbreihenfolge der Kabel ist eine andere. Deswegen dachte ich, es ist falsch. Ich habe den Stecker komplett auseinandergebaut, Kabel rausgezogen, neu verkabelt, so dass es wie im Original ist. Das hat dafür gesorgt, dass nichts funktioniert hat. Die Pin-Belegung ist also richtig, auch wenn die Farbreihenfolge falsch ist. Es ist sozusagen im USB-Stecker dann auch die falsche Farbreihenfolge, so dass es unterm Strich wieder richtig ist. Etwas Vertrauen in den Hersteller von meiner Seite hätte hier der Sache ja gut getan und es wäre etwas einfacher geworden. Lasst also einfach die Reihenfolge so wie sie ist. Jetzt das Ganze zurück. Kabel, Stecker wieder reinstecken, Stress-Relief in die Bodenplatte reindrücken, die sitzt sehr sehr gut. Kabel drunter legen und Platine wieder drauf. Ein wichtiger Hinweis, wenn euch der Einstellknopf für die Polling-Rate rausgefallen ist aus der Bodenplatte. Bitte achtet darauf, wenn ihr den wieder rein tut, dass ihr ihn an der richtigen Position wieder rein tut, weil sonst stimmt die Position des Schiebereglers unten im Prinzip nicht mit der Einstellung der Polling-Rate auf der Platine überein. Darauf muss man wirklich achten. Dann das Poll-Rad ganz einfach wieder einsetzen und vielleicht auch schon mal testen, ob Maus-Rad-Klick noch funktioniert. Genau hier ist mir das mit dem Polling-Rate-Schieber natürlich passiert und genau aus diesem Grunde mache ich ja solche Videos hier, damit die Fehler, die ich hier beim Rumprobieren mache, ihr nicht auch noch macht. Achtet also bitte darauf, dass der Schieber, der liegt nämlich lose, nur in der Bodenplatte drin, dass er an der Stelle liegt, wo sich auch die Einstellung auf der Platine unten drunter befindet, bevor ihr die Platine aufschraubt. Die RGB-Platine dann vorsichtig wieder auf die vier Pins stecken. Das ist ein bisschen fummelig, aber wenn man ein bisschen rum probiert, funktioniert es dann. Darauf achten, dass sich das RGB-Licht innerhalb des Scroll-Rats befindet und alles gerade aufliegt. Als erstes dann am besten die Schraube, die die RGB-Platine auf der Bodenplatte hält, festschrauben und dann die zwei anderen Schrauben für die Hauptplatine zu befestigen. Nun ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns über ein Like freuen. Möchtet ihr über weitere Videos von unserem Kanal informiert werden, dann klickt auf Abonnieren und folgt uns auf Twitter. Dann das Gehäuse wieder auf die Bodenplatte, zuerst den Stecker und einstecken und das Gehäuse vorne einhaken und dann gleichmäßig rundherum einfach wieder aufdrucken. Man hört ein Klicken, wenn das passiert ist und man kann rundherum halt sehen, wenn keine Spaltmaße mehr sind zwischen Bodenplatte und Gehäuse, dann ist es richtig. Wenn alles passt, dann einfach wieder festschrauben. Prinzipiell sollte man es so machen, dass man Schrauben in der Reihenfolge immer diagonal einsetzt. Das heißt, sagen wir mal oben links festschrauben, allerdings nicht ganz fest, sondern nur ein wenig festschrauben, dann unten rechts, dann oben rechts, dann unten links. Alles nur gerade so reinschrauben, dass es hält und für richtig festziehen dann nacheinander als letztes. Hier geht es darum, dass sich das Gehäuse nicht verzieht. Wenn man auf einer Seite zu fest schraubt und dann erst auf der anderen, muss es jetzt hier nicht sein, aber aus Sicherheitsgründen sollte man immer diagonal schrauben. Oben links, unten rechts, oben rechts, unten links und erst zum Schluss dann richtig festschrauben. Im Originalcover ist einfach eine Schraube drin, die dann vom Magneten im Gehäuse gehalten wird. Ich habe irgendwo eine alte Schraube von einem alten Maus-Mod gefunden und das hier in das 3D-Printed-Cover eingesetzt und funktioniert. Das Cover hält allerdings auch ohne die Schraube bzw. ohne den Magnetkontakt. Es ist so genau gearbeitet, dass das Cover eigentlich auch ohne Magnet recht gut hält. Was wir jetzt hier haben, ist eine Maus in einer Keilform, die ähnlich der MZ1, die noch rauskommt, der von RocketJump Ninja entworfenen Maus von Extrify ähnelt. Allerdings für größere Hände, da die M42 größer ist, als die MZ1 sein wird. Wenn man damit fertig ist, dann werden nur noch die Gleits aufgeklebt vorher, die Klebeflächen vielleicht etwas mit Alkohol reinigen, wenn das nötig sein sollte und dann ist die neue Maus fertig. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, meine Fehler, die ich zunächst gemacht habe, zu vermeiden. Und damit verbleibe ich, FlexDoc.